Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen zum ersten Blick auf das neue größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Das ist sie, die Icon of the Seas von Royal Caribbean, eine Bruttoraumzahl von knapp 250.000. Ja und was soll ich sagen, ihr seht es schon, das Ganze ist offenbar, wenn wir hier die ersten Bilder sehen, ein Schiff der Superlative. Ja, zum ersten Mal wurde diese Schiffsklasse 2016 angekündigt und da sieht man mal, wie lange das teilweise dauern kann, bis dann das erste Schiff wirklich fertig ist. Und es sind mittlerweile drei Schiffe dieser Baureihe bestellt. So, wir starten mal mit unserem ersten Rundgang und zwar gucken wir uns hier mal Thrill Island an. Ja, das ist ja völlig klar, für wen das ist. Das ist idealerweise dann für Familien mit Kindern oder aber für große Kinder. Also ich könnte mir das jetzt auch vorstellen. Es ist ein bisschen schwer zu zählen, wie viele Rutschen das hier sind. Ja, aber es sollen sechs Stück sein. Ja, das habe ich gelesen und das ist ja so, dass heute so auf neueren Kreuzfahrtschiffen Rutschen eigentlich immer so dazugehören. Also auf den großen, ja zumindest, ja, wenn die Reederei dann so ein bisschen einen Fokus gesetzt hat auf Familien. Ja, nicht jede Reederei macht das, aber wir haben das damals bei den Amerikanern zuerst gesehen mit diesen Rutschen. Und dann später kamen auch die Europäer und sind nachgezogen, wobei es meist nicht so ganz spektakulär ist auf den europäischen Schiffen, was so diese, ja, diese Fun-Einrichtung, sagen wir es mal so, angeht. So, ja, hier sehen wir auch schon, ja, Gäste kann man gar nicht sagen. Das Ganze werden wahrscheinlich Models sein, denn das Schiff geht ja in zehn Tagen erst ungefähr in den Gästebetrieb. Ja, aber es sieht schon im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr, sehr spektakulär aus. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, ist alles ein bisschen wuchtig. Also ich kann mir vorstellen, für den einen oder anderen von euch ist das tatsächlich auch ein Albtraum sowas, weil der dann sagt so, ach, naja, also eigentlich stehen doch bei einer Kreuzfahrt klassischerweise die Ziele im Vordergrund. Und was brauche ich denn da für Wasserrutschen? Ja, aber eines ist natürlich klar, die Hauptzielgruppe von Royal Caribbean International, das sind natürlich die Amerikaner. Ja, und ja, man muss natürlich sagen, so auf dem deutschen Markt ist Royal Caribbean International jetzt wirklich ein Nischenprodukt. Ja, das machen also viele, die zum Beispiel sagen, so Mensch, ich mache zum Beispiel Urlaub in Florida und verbinde das Ganze mit einer Kreuzfahrt. So, dann kann man das natürlich gut machen. Das sind übrigens die sechs Schilder hier für die sechs Rutschen. Ja, also ein Nischenprodukt. Und ja, es ist durchaus so, dass auch der amerikanische Kreuzfahrtmarkt im Moment, durchaus extrem am Boomen ist. Was bedeutet, das hat durchaus seinen Preis. Also wer so günstige Raten gewöhnt ist von Kreuzfahrten, ja, der wird da nur noch staunen, was die Preise angeht. So, es geht runter hier jetzt. Einmal muss man ein bisschen ruckeln. Ja, wenn ich da, oh Gott, ich würde wahrscheinlich nur alleine da reinpassen, aber die sind halt zu viert. So, und ich habe die, wie, jetzt kommt das Ganze nochmal, ich habe die Bilder ehrlicherweise auch noch nicht gesehen. Ich dachte, es ist ein bisschen so Reaktion... Na, und nochmal hier, so ein bisschen Reaktionsvideo-mäßig. Es ist wahrscheinlich so, dass man da unterschiedliche Zielgruppen zeigt. Ja, jetzt geht es aber runter. Also je nachdem, was man so zeigen möchte, so ein bisschen Diversität sozusagen. Das sieht schon cool aus, ne, mit diesen Lichteffekten. Aber das ist auch heutzutage ein Muss, ja, in so einer Rutsche, weil einfach nur eine dunkle Rutsche, wobei so dunkel hat auch was, aber mit so Lichteffekten, also wow, das sieht schon richtig cool aus. Ja, also, ja, ein Freizeitpark ist nichts dagegen, würde ich sagen, was man da hat. Ist das jetzt die gleiche nochmal? Das scheint die, oder? Hätte ich mir das Muster merken müssen hier. Aber ich dachte, es ist einfach interessant, so jetzt gerade in den Anfängen, jetzt wirklich mal das Material komplett zu sehen und, ja, da jetzt nicht unbedingt was rauszuschneiden. Ja, also richtig, richtig cool. Ja, das scheint die gleiche nochmal zu sein, ja. Also, mit den Reaktionen der Kinder, ja, scheint zu gefallen. Pressure Drop. Was ist das denn? Pressure, der Druck. Klingt so nach Druckabfall, oder was? Das scheint so eine, ich weiß gar nicht, ist das? Ne, das ist nicht freier Fall hier, oder? Guck mal, es geht runter. Und, na, so fast. Uh, okay. Ja, okay. Ist ja echt witzig, da immer in diesem Videomaterial, immer so unterschiedliche Leute, die da starten, je nachdem offenbar, was man zeigen möchte für jeden Markt, von weiß bis farbig. Ja, so, und da ist einmal rein. Jawohl. Na, das ist schon, ja, ist schon sehr cool, diese ganze Konstruktion. Aber, wie gesagt, ich verstehe ja auch die Menschen, die sagen, okay, nee, das wollen sie irgendwie gar nicht haben, sowas. Also, das brauchen sie nicht und so. Also, ja, völlig verständlich, ja. Die bisher größte Schiffsklasse von Royal Caribbean, das war ja nun die klassische Oasis-Klasse. Die ist ja an den Start gegangen im Jahr 2009 bereits, muss man sich ja mal vorstellen. Und da sind ja immer noch neue Schiffe aus dieser Oasis-Klasse im Bau. Also, das ist wirklich, ja, total irre, was für Maßstäbe der Royal Caribbean gesetzt hat. Und es ist so, ja, wenn man mal so ein bisschen schaut, Royal Caribbean war da damals sicherlich Vorreiter, was so diese Gigaschips angeht. Also, zum Beispiel Carnival Cruise Line, ja, hat bislang nicht so richtig nachgezogen. Also, das ist doch immer deutlich einfacher, was die auf ihren Schiffen bieten. Das sind schon tolle Bilder, ja, von den Rutschen. Also, es ist deutlich einfacher, was die bieten, auch wenn die natürlich große Schiffe haben. So, ja, aber es ist definitiv nicht so sehr viel Wow. So, jetzt aber, das ist doch hier die freie Fallrutsche. Haben wir jetzt auch wieder hier Diversität sozusagen mit unterschiedlichen Startern. Lassen wir uns mal überraschen. So, 3, 2, 1 und, na, also sowas muss, ja, frightening bolt. So kommt er da jetzt an, tatsächlich. Ich bin immer nicht sicher, ob ich das so haben muss. So, die Klappe geht auf, Klappe auf. Wie sagt man sonst, Klappe zugraffeltot, aber das passt hier nicht. So, ja, ist schon spektakulär. Ich meine, heute machen das die Reedereien, liefern super Material mit. Früher war das so, da musste man da selber filmen und heute kriegt man das alles von der Reederei geliefert. Ach so, jetzt siehst du doch wieder die unterschiedlichen Starter hier auf dem Material. So, jede Farbe habe ich doch gut geschlussfolgert. Ja, also, was Rutschen angeht, sind das sicherlich, ja, ich weiß nicht, ob es neue Maßstäbe sind, aber das ist schon wahnsinnig irre. Ja, auf jeden Fall. So, und einmal ein Ziel. Ja, das ist natürlich idealerweise dann ein Schiff für die Karibik. Also, ich denke mal, es wäre jetzt nicht vorstellbar, wenn wir das Ganze mal ab Deutschland so erleben. Also, das würde ich nicht sehen. Gebaut übrigens bei Maya Turku. Also, die Werfte, die zur Maya-Gruppe gehört, wo unter anderem auch die Mein-Schiff-Neubauten entstanden sind. Die ersten drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf insgesamt, ne? Das ist der berühmte Flowrider. Der gehört ja auch dazu, bei Royal Caribbean zumindest. Ich meine seit 2006. Damals ist ja die Freedom of the Seas an den Start gegangen. Und, ja, der Flowrider sollte da vielleicht so ein bisschen ein neues Image transportieren, ja, wo man, ja, so ein bisschen junge und actionfreudigere Urlauber anlocken wollte. Ich habe es einmal ausprobiert, bin nach drei Sekunden hingefallen und dann habe ich es nie wieder probiert. Und, ja, seitdem lasse ich es. Es ist tatsächlich nur noch ein Flowrider. Ich glaube, das hier wäre eher was für mich hier. Guck mal, Minigolf. Ja, also, siehst du, man kann sich die spektakulärsten Dinge, Dinge ausdenken auf einem Kreuzfahrtschiff, aber am Ende gibt es dann immer noch so etwas ganz Simples wie einen Minigolfplatz. So, immer noch nicht rein. Mensch, und jetzt, na, geschafft, jawohl. Ja, also, das ist ja etwas, was man auch auf Kreuzfahrtschiffen relativ häufig hat, auch gerade auf größeren Vorteilen natürlich für die Reederei. Das Ganze ist eine relativ günstige Geschichte. So, was haben wir hier? Crowns Edge. Ach, das war doch. Wenn ich mich jetzt hier richtig erinnere, eine Art Klettergarten, oder? Lassen wir uns mal überraschen. Ganz genau. Ach ja, guck mal. Und Crown und Anchor. Das ist ja das Logo, die Krone und der Anker von Royal Caribbean. Und, ja, dementsprechend turnt man dann da außen an diesem Crown und Anchor dann rum und, ja, guck mal, mit einem kleinen, mit einer kleinen Zip-Fahrt sozusagen. Was, gab da eine Kamera vorne dran? Das sieht fast so aus, ne? Ja, tatsächlich. Da scheint eine Kamera dran zu sein. Also, ob das jetzt nur hier ist für die Einführungsfahrten oder so, oder ob es so ist, dass man dann hinterher ein Foto zum Sonderpreis von, na, sagen wir mal 24,95 Dollar bekommt. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Wobei es so ist, was so die Preise angeht. Also, ich habe so ein bisschen flapsig gerade gesagt, 24,95 Dollar. Ja, man ist wirklich überrascht, wenn man mal guckt, was die Reisen so kosten. Also, das ist nicht vergleichbar mit Reisen, wie sie so in Europa angeboten werden. Aber warum auch, sage ich mal so, wenn man es kann, ne? Ups. So, okay. Da geht dann diese Klappe wieder runter. Und dann, ja, einmal rum. So, ja, würde ich also durchaus mal ausprobieren. Ja, das ist nicht so, dass ich das Angst bekäme. Was ist das denn hier? Adrenalin oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Adrenaline Peak. Adrenaline oder Adrenalin? So, ah ja, Kletterwand. Das ist ja auch was ganz Klassisches. Ich würde denken, nagelt mich nicht darauf fest, dass die Ersten da schon bei Royal Caribbean in den 90er Jahren kamen. Und das ist wirklich eine Wand, die hier hoch hinaus geht. Weil das habe ich ja mittlerweile gelernt. Ein Bowl dann ist ja nur, da ist man quasi nur horizontal unterwegs. Aber beim Klettern, da geht es auch nach oben. Ja, also auch typische Geschichte natürlich, wenn man irgendwie auch so, ja, ein actionfreudigeres Publikum anlocken möchte. Wobei, richtige Schuhe sollte man mal haben mit Flipclops, so ist das nichts hier. So, was gibt es hier? Waffle Chicken McNuggets. Nicht Mac, sondern Waffle Chicken Nuggets, Christie Shrimp Bauban. Okay, Basecamp Provisions. Ah ja, und Freebies gibt es Hot Dogs. Also das ist so eine Location. Hier werden einmal Snacks gegen Aufpreis angeboten, wie eben da besagte Nuggets, die eben nicht Mac Nuggets sind, sondern ohne Mac. Außerdem dann eben so Hot Dogs, die man dann beispielsweise inklusive hat. Ja, ist also noch besser als bei Ikea. Das ist doch nicht schlecht. Ja, das Ganze, also dieser Thrill Island Bereich. Ja, diverse Essens, Location werden wir noch sehen. Was wir noch nicht zu sehen bekommen, sind so die klassischen Dinge wie die Hauptrestaurants oder so. So, wir kommen zum Aquadome. Das ist, wenn man sich an die Außenaufnahmen erinnert, dieser Bereich oben vorne, erstmal wahnsinnig viele Fahrstühle. Alle mit einem Buchstaben versehen. Ich glaube, bis Buchstabe J. Also das muss man sich schon mal vorstellen. Sind doch Fahrstühle, oder? Ja, genau. Wie gesagt, es ist natürlich so ein bisschen, wenn man nur das Videomaterial sieht, es ist natürlich ein bisschen Interpretationssache tatsächlich. Ja, natürlich ist die optimale Variante, sich das anzugucken. Es finden hier unter anderem diese berühmten Wassersprungshows statt, in dieser Location. Wobei, ich glaube, den Teil direkt wird man nicht sehen können. Aber eben hier diesen, was stand da gerade, der Ausblick, oder was? Und das ist wirklich so, also von außen, finde ich, sieht das Ganze schon mit dieser Konstruktion aus den dreieckigen Scheiben außerordentlich spektakulär aus. Und ja, nicht the Overlook, so heißt es. Aber hier von innen, das ist wirklich, ja, der Hammer. Man muss noch so ein bisschen sehen, ich denke mal, dass das Ganze auch gut klimatisiert wird, weil ansonsten ist es natürlich so, dass das natürlich ein Bereich ist, der sich wahnsinnig schnell aufheizen dürfte. Das ist völlig klar. Also, ja, das... Achso, ich habe zum Umweltschutz sozusagen noch nichts gesagt. Oder wie umweltfreundlich ist eigentlich dieses Schiff? Es ist das erste Schiff von... Oh, nee, ist glaube ich nicht das erste Schiff. Also, es fährt... Da bin ich nicht ganz sicher. Ich meine, es ist nicht das erste Schiff. Es fährt mit verflüssigtem Erdgas, also mit LNG. Und Brennstoffzellen gibt es ebenfalls. Oder eine Brennstoffzelle, das bin ich jetzt auch nicht ganz sicher. So, ja, hier sieht man das Ganze nochmal von oben. Also, das ist nicht der Part, wo diese Wassersprungshows stattfinden. Das ist eher ein Teil, wo man entspannen kann. So, ich kann mir schon vorstellen, das hier wird dann extrem begehrt sein, so eine eigene Lounge dann zu haben. Also, ja. Was so Preise angeht für Nebenkosten, Getränkepreise, das ist auch so, dass das Ganze bei Royal Caribbean auf einem Niveau ist, was wir Deutschen vielleicht erst mal als ein bisschen erschreckend empfinden. Ja, also es ist durchaus so, dass das Ganze seinen Preis hat. Ja, also es ist deutlich teurer jetzt, als bei Schiffen, die auf dem europäischen Markt in erster Linie verkauft werden. Ja, also da darf man sich nicht erschrecken. Also, Getränkepaket, das Größte kostet dann auch irgendwie über 100 Dollar am Tag so. Also, das sind plötzlich Dimensionen. Da, das sind Dimensionen. Die sind wir Deutschen nicht gewöhnt. Aber man sieht natürlich auch, ja, da ist dieses Schiff natürlich das allerbeste Beispiel. Ich meine, das ist einfach so, dass ich hier Wow-Momente habe oder Wow-Effekte habe, wie das auf europäischen Schiffen natürlich nicht so ist. Also, es ist ja relativ einfach, das Prinzip. Also, diese Schiffe sind dann halt in der Produktion deutlich teurer. Ich habe, glaube ich, eine Summe gelesen. Nee, ich habe keine Summe gelesen. Ich überlege gerade, es waren nicht 1,6 Milliarden. Nee, das habe ich in einem anderen Zusammenhang gelesen. So, hier ist ein Food Market mit insgesamt fünf oder sechs verschiedenen Ständen. Das Essen ist im Reisepreis enthalten. Feta haben wir schon gesehen. Hier gibt es Macs, Macaronis. So, also die unterschiedlichsten Dinge. Denn, na klar, essen kann man immer. Ginger, was ist das denn wahrscheinlich? Irgendwie asiatisches Essen. Und was haben wir hier noch? Crêpes. Crêpes de la Crêpes. Ja. Genau, Baukosten habe ich ein bisschen was zu gesagt. 5.600 Gäste bei Doppelbelegung. Das ist tatsächlich für diese Größe nicht so schrecklich viel, ehrlich gesagt. Ja, das bedeutet um die 2.800 Kabinen in etwa. Also, wenn ich eine AIDA Nova habe, wie viel hat die denn? 2.600, 2.500, 2.600, so ungefähr. Und da habe ich aber nicht eine Bruttoraumzahl von 250.000, sondern eben von 180.000. Also, ich habe hier deutlich mehr Platz. Und am Ende ist es natürlich so, das muss dann irgendwie auch bezahlt werden. In jeder Hinsicht. Hier sehen wir das Ganze nochmal in der Abendstimmung. Boah, kann man sich richtig gut vorstellen. Da unten scheint sich die Bar zu befinden. Ja, und von der Gestaltung her muss ich sagen, ja, also man kann die ganze Zeit immer davon sprechen, dass es in irgendeiner Form spektakulär ist. Ja, ich meine, so jetzt ist natürlich noch alles schön und neu und nicht überfüllt oder wie auch immer. Das ist natürlich so ein bisschen die Sache, wenn die Reederei filmt, das ist natürlich so unter Idealbedingungen. Man muss natürlich dann sehen, ja, wie sich das Ganze dann im Einsatz schlägt. So, hier also die Bar. Und ja, immer noch nicht der Bereich zu sehen hier mit den Wassershows. Aber es ist so, das Material, das Sie hier zur Verfügung stellen, das ist eben immer erst von den Bereichen, die irgendwie schon fertig sind. Also, ja, da kann es sein, dass da bei den Wassersprungshows, dass da noch was fertiggestellt werden muss und dass das dann deswegen hier nicht zu sehen ist. Ach ja, diese Stühle, die gibt es ja, dieses Modell gibt es ja ganz häufig auf Kreuzfahrtschiffen in den vergangenen Jahren. Also, wahrscheinlich hat da der Royal Caribbean Konzern, hat da irgendwie einen großen Vertrag geschlossen und ja, musste sich verpflichten, einige tausend von diesen Stühlen abzunehmen. Gibt es ja teilweise auch auf der Mein Schiff Flotte. Wobei Mein Schiff ja nicht hundertprozentig zu Royal Caribbean gehört, sondern nur zu 50 Prozent. Das Ganze ist ja ein Joint Venture mit der TUI AG aus Hannover. Also eine Kooperation aus Hannover und Miami. Das hier ist halt eher Miami, so, nicht? Kann man bei Mein Schiff sehen, was passiert, wenn man Hannover und Miami kombiniert. Das sieht man dann da an Bord. Aber hier ist natürlich eher, ja, alles, wie gesagt, spektakulärer. Es ist, denke ich, so, dass man sich gerade auf dem amerikanischen Kreuzfahrtmarkt beispielsweise sehr orientiert an Las Vegas. Aber das ist so, ne? Wenn man dieses Schiff hier anguckt, so Rye and Bean, das scheint irgendwie eine Coffee-Location zu sein. Oh, und man sieht hier immer noch Packbecher hier. Da ist es dann vorbei mit der Nachhaltigkeit. So, der Central Park, der wurde eingeführt auch auf der Oasis-Klasse 2009. Und ja, das war natürlich insofern spektakulär, weil man im großen Stil hier wirklich echte Pflanzen hat. Also das bedeutet, man muss eben auch Leute dann an Bord haben, die sich darum kümmern. Also ganz platt, man braucht einen Gärtner. So, ja. Was ich hier halt auch habe, und das kann man da ganz oben sehen, ich habe dann entsprechend Balkon-Kabinen, die nach innen gehen. So, ja. Das kann man hier ganz gut sehen. In dieser, ich sage immer so ein bisschen, ja, soll so gar nicht abfällig sein, aber ich spreche da immer gerne von einer Schlucht. Ja, so. Also diese Schlucht. Also ich habe Balkon-Kabinen, von denen ich das Meer nicht sehen kann. So, das ist natürlich ungünstig. Ich denke mal, die ich da sehen kann, wo der Balkon nicht nach außen geht, die haben da so eine versenkbare Scheibe. Das hat man jetzt bei der Royal Caribbean, beim Royal Caribbean-Konzern in der vergangenen Zeit relativ häufig gemacht, nämlich auch bei Celebrity Cruises, erstmals im großen Stil, auf der sogenannten Edge-Klasse. Also Balkone mit so einer Scheibe, die man runterfahren kann. Was natürlich bedeutet, dass der Raum, den der Balkon einnimmt, dass der dauerhaft sozusagen zur Verfügung steht, auch wenn das Wetter mal nicht so gut ist und wenn es halt sehr schön ist, macht man die Scheibe runter. So, hier sehen wir also den Central Park nochmal im Detail, auch mit diversen gastronomischen Optionen, teilweise inklusive, teilweise gegen Aufpreis, denn natürlich gibt es auch nicht nur Bars, wo man das Geld lassen kann, sondern es sind eben auch am Ende zahlreiche Spezialitäten, Restaurants. Hier konnte ich es eben gar nicht so richtig lesen, was da drauf stand, aber egal, es geht weiter. Ist das hier das Park Café oder wie das heißt? Ja genau, Park Café, siehst du. Also wie gesagt, ich sehe das Material jetzt so in Gänze jetzt auch zum ersten Mal erst, also deswegen entschuldigt bitte. Dort gibt es Snacks zum Frühstück beispielsweise oder für zwischendurch und ich denke mal, dort gibt es auch das berühmte Kümmelweg-Sandwich, wenn ich da gerade schon dran denke, mit Roastbeef, bekomme ich ein bisschen Hunger, ehrlich gesagt. Man sollte auch nie hier über Essen mit leeren Magen sprechen, so wie ich gerade, ne? Also insofern, ja. Also ich bin übrigens sehr gespannt, was ihr nachher mal in die Kommentare schreibt, ob ihr nun sagt so, wow, das Ganze ist total verrückt oder ob ihr sagt so, oh mein Gott, ich muss das unbedingt mal ausprobieren, ja? Also lasst es mich dann gerne mal wissen. Jo, da kann man natürlich dann auch lang spazieren, denn man muss ja natürlich auch auf einer Kreuzfahrt so ein bisschen zusehen, dass man sich bewegt jeden Tag und ich meine, wenn man dann so auf 10.000 Schritte kommen will, kann ich mir schon vorstellen, dann läuft man einmal in die eine Richtung und wieder zurück und wieder hin und wieder zurück und dann kann man sagen, man kriegt Kilometergeld, wobei es natürlich auf einem amerikanischen Schiff kein Kilometergeld ist, sondern da gibt es Meilengeld, was auch immer das heißt, Miles Money, klingt komisch. So, ja, also, es ist schon, ja, wirklich faszinierend, wenn man sich das anschaut, was im Jahr 2024 möglich ist, das ist also weit entfernt von all dem, was ich jetzt von Kreuzfahrtschiffen kenne, also, ich war ja nun 2003 das erste Mal auf einer Ida Aura und die wirkt ja dagegen klein und bescheiden, wobei man natürlich sagen muss, ob nun eine Reise eine schöne Reise wird oder eine Kreuzfahrt, eine tolle Kreuzfahrt, das hängt nicht vom Schiff ab, also auch, aber, ja, ich habe genug Beispiele von Reisen, wo es dann so war, ja, dass das Schiff schon ein bisschen oll war, ja, ich erzähle immer gern die Pullman-Tour-Geschichte, übrigens damals auch eine Beteiligung von Royal Caribbean, mit wirklich olem Schiff, so ein altes Schiff von Celebrity Cruises, die Reise war aber wirklich super, weil Essen toll war, die Mitreisenden waren toll und es war gute Stimmung, so, ja, aber klar, das war natürlich weit entfernt jetzt hier von so einem, ja, High-End-Schiff, sagen wir es mal so, ne, so, also, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange wir hier noch Bilder haben hier von diesem Central Park, auf den scheinen sie also besonders stolz zu sein, ja, es ist dann wohl so, habe ich auch gehört, dass sich da auch mal Vögel oder was einnisten, habe ich gehört, ich weiß nicht, ob die dann offiziell ausgewildert werden, wobei, da fällt mir noch eine Geschichte an, es gibt erstmals einen Bordhund, tatsächlich, ja, als eine Art Maskottchen auf der Icon of the Seas, was haben wir hier noch, es ist Louis, ah, Jazz and Blues, ah ja, okay, klingt jetzt von der Musikrichtung tatsächlich auch mal ganz nett, mit, also, es gibt einen Hund an Bord, denn das ist ja natürlich was, was ich sonst auf Kreuzfahrtschiffen kaum habe, also, ich glaube, QNAT hat das teilweise, da habe ich eine Möglichkeit, auf manchen Reisen auch einzelne Hunde mitzunehmen, oder ansonsten gibt es die Möglichkeit, sogenannte Assistenzhunde mitzunehmen, aber hier habe ich tatsächlich ein Maskottchen, einen Golden Retriever, so, Shops Grill, und ich habe schon bei dem Kollegen Matt vom Royal Caribbean Blog, der hat so eine ganz krasse amerikanische Aussprache, ich meine, er könnte daran liegen, dass er Amerikaner ist, gehört, es soll hier jetzt ein neues Menü geben, hi, this is Matt vom Royal Caribbean Blog.com, und so, also, der hat krasse Art zu sprechen, ja, das nur am Rande, wahnsinnig erfolgreicher YouTube-Kanal, im Übrigen auch, also, Royal Caribbean Blog, schaut mal vorbei, wenn ich schon über seine Sprache lästere, na, das ist kein Lästern, so, Izumi, ähm, kenne ich jetzt so als Sushi, genau, Hibachi, Hibaki, Hibashi, was auch immer Hibashi ist, wenn jemand weiß, was Hibashi ist, kann es einer in die Kommentare schreiben, aber nicht alle, nicht alle, weil, ja, so, wir kommen in den nächsten Bereich, Chill Island, denn das ist natürlich, ja, das, was man im Urlaub am ehesten machen will, man will natürlich sich entspannen, man will chillen, ja, und natürlich gibt es auch dafür dann genügend Bereiche, hoffentlich genügend Bereiche, ich meine, ich sage das so lapidar, also, man muss ja erst mal sehen, ja, man kann in der Theorie ein Schiff noch so gut planen, man muss dann auch sehen, wie es unter Vollauslastung ist, und Vollauslastung bedeutet dann im Übrigen auch nicht 5600 Gäste, sondern das können dann über 7000 Gäste sein, wie kommt das, weil man ja Kabinen teilweise zu dritt oder viert oder riesige Suiten eventuell auch noch ein bisschen mehr belegen kann, und so kommen dann die über 7000 zustande. So, ach guck mal, hier mit Lifeguard, so mit so einem David Hasselhoff mäßigen Floß sozusagen, ach guck mal, da kann man dann stehen, Swim and Tonic, also, wie das gestaltet ist, auch die Logos, und so extrem stylisch, ja, so, hier hat man wahrscheinlich, ich frage mich, was das für Leute sind, aber, ja, wahrscheinlich extra Models, sind das Models, sehen die gut genug aus für Models, gute Frage, vielleicht extra engagiert hier, so, ja, aber es hat natürlich den Vorteil, wenn einem die Reederei hier das Material liefert, da muss man sich keine Gedanken machen, ob da nicht irgendjemand ist, der nicht zu sehen sein will, also, das ist wirklich der Vorteil, ja, auf der anderen Seite ist natürlich auch wichtig, sowas dann im realen Betrieb zu sehen. So, was haben wir denn hier, nochmal so eine Art Infinity Pool, oder was, aber der stapft da ja so durch, also, nach Pool sieht es nicht aus, eher so, ach doch, jetzt, ist das der gleiche? Ist das jetzt was anderes? Ne, also da geht es schon runter, und, ja, Infinity Pools, das sind ja jetzt auch so Features auf Kreuzfahrtschiffen, die in den letzten Jahren immer häufiger wurden, man muss natürlich immer ein bisschen gucken, ist die Wand da aus Glas auch hoch genug, nicht, dass es überschwappt, hat es auch schon gegeben, vielleicht erinnert sich der eine oder andere wohl sogar. So, mit den Liegen und den Auflagen, das sieht relativ hochwertig aus, wenn ich den Matt vom Royal Caribbean Block richtig verstanden habe, dann ist es so, dass man teilweise Bereiche hat hier, Plätze, wo man zahlt, und teilweise welche, die inklusive sind, und sicherlich auch eine nicht ganz so dumme Überlegung, weil natürlich ist das Prinzip Kreuzfahrt immer, dass ich ein möglichst schönes Basisprodukt bekomme, aber es soll eben auch noch reichlich Möglichkeiten geben, dann Geld auszugeben, so, ne, und in dem Fall könnten das diese Extra-Bereiche da sein, wo man dann eine reservierte Liege hat, aber bitte nicht darauf festnageln, nicht, dass ich das jetzt verwechselt habe, aber gut. So, kleine bunte Häuschen, auch immer hübsch, auf jeden Fall, wobei es hat fast so ein bisschen was, vielleicht ist mir persönlich ein bisschen zu bunt. Ist das ein, ach so, ich habe gerade überlegt, was das da für ein komischer Tisch ist, aber was packt man denn da rein in die Schüssel, aber, oder kann man da irgendwas spielen, oder wie? Hm, ja, gute Frage, oder sind das hier eher die Bezahlplätze? Ich weiß es nicht, also nicht, nicht, dass ich da, also auch da könnt ihr mich bitte gerne, gerne wohlwollend korrigieren in den Kommentaren, also wohlwollend bitte nur. So, die gleichen Bilder nochmal hier, ja, na gut, das ist ja, so, kann ich noch was erzählen? Hierzu, ne, siehst du, also es ist nicht, es ist nicht ganz, ohne Herausforderung hier, diese Bilder zu kommentieren, wenn immer wieder das Gleiche gezeigt wird. Ja, so, jetzt nochmal das Meer, jawohl, das Meer ist, der Blick aufs Meer ist natürlich im Reisepreis enthalten, ha, 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 so, und nochmal wieder zurück, also, Chill Island, vielleicht könnte ich auch einfach das Ganze schneiden, aber, da dachte ich, so, es wäre ein bisschen interessanter, The Lime and Coconut, ja, das ist eine Bar, ähm, Coconut, Kokosnuss, da muss man natürlich denken, an welchen Cocktail, Pina Colada, nicht Pina, sondern Pina, Pina Colada, ja, The Lime and Coconut, aber wirklich so, diese Schilder und so, das sieht irgendwie, das ist echt schön aus, ja, also, ah, da sieht man auch schon hier, 12,99 Dollar kostet dann so ein Frozen Cocktail und das Ganze dann mit einer Servicegebühr, die zwischen 15 und 20 Prozent mittlerweile liegen dürfte, also, ja, ach, da kommt dann aus der Maschine hier so Slush-Zeug oder was, ich bin ja mittlerweile tatsächlich nicht mehr so der große Fan von so süßen Cocktails, also, da bin ich, äh, weiß ich nicht, kann ich das nicht mehr irgendwie, hier, das spricht mich nicht mehr an, so, was haben wir hier noch, ach so, das ist hier, ähm, ja, so ein, äh, Takeaway sozusagen zum, zum Mitnehmen, hier gibt es Grab and Go Go, wie man so schön sagt, hier kann man sich so mexikanisches Essen nehmen, so, das esse ich persönlich mal ganz gerne, hier, Bojitos, Salsa Station, wobei das ja, Obstsalat oder was ist das, oder, Tacos, Tacos, ja, also, ich mag es mittlerweile mal ganz gerne, also, hier, Cantina, Fresca, wird es jetzt Fresca ausgesprochen, doch, ich denke doch, ne, Fresca, so, der nächste Bereich, wir sind im The Hideaway, ja, also, wollen wir schauen, was uns hier erwartet, The Hideaway, The Hideaway, so, also, auch wieder jede Menge Platz zum Entspannen, und hier, ja, das Ganze auch wirklich, eine sehr, sehr schöne Anmutung, muss ich echt sagen, und sieht man von hier die Rutschen, tatsächlich, ja, weil das ist natürlich mal so ein bisschen so eine Sache, Rutschen oder so, machen jetzt Schiffe nicht unbedingt schöner, ne, ach, guck mal, hier ist ein Sitz, um jemanden da auch in den Pool zu setzen, der nun da nicht in der Lage zu wäre, ja, also, wer da irgendwie eingeschränkt ist, körperlich, der kann damit in den Pool gesetzt werden, das ist sehr schön, ach, diese Liegen da sind auch sehr schön, oder? Also, ja, wobei, da kann man sich natürlich vorstellen, so, was würde der Deutsche machen, normalerweise steht er um sechs auf, um, um, um eine Liege zu reservieren, in dem Fall würde er wahrscheinlich sogar schon 4 Uhr 30, äh, vielleicht dann seinen Schlafplatz von, von, von seinem Bett darauf hin verlegen, wobei, ich weiß nicht, ob es nur die Deutschen sind, die Liegenreservierer, ja, aber, das ist ja natürlich, ähm, ja, immer wieder die Pest, wobei es neulich ein Gerichtsurteil gab, das fand ich ganz spannend, dass irgendjemand da sich etwas vom Reisepreis zurück erklagt hat, bei einer, das war aber, glaube ich, Pauschalreise, weil immer Liegen reserviert waren, und, und das Management nichts, äh, dagegen unternommen hat, so, ja, also, das finde ich mal interessant, ob vielleicht da auch mal, Redereien dann auch irgendwann mal, mal reagieren, so, ne, jo, aber kann man sich schön vorstellen, ne, hier da so zu sitzen, wobei ich bin ja tatsächlich immer eher so der Schattenmann, also für mich wäre das jetzt so in der Sonne direkt nix, ja, aber, gut, im Großen und Ganzen, ähm, im Großen und Ganzen, aber ein netter Ort hier, direkt so hinten am Heck, wie gesagt, hoffentlich ist die Scheibe da hoch, genug da von diesem Infinity Pool, ja, guck mal, diese Liegen sehen jetzt wiederum normaler aus, also ich vermute mal, was wir vorhin gesehen haben, könnte ich mir vorstellen, gegen Aufpreis, die mit der dickeren Auflage, joa, diese Bäume, oder diese angedeuteten Bäume, ist das nicht auch, hat man das nicht auch in ähnlicher Form bei Celebrity Cruises, also, ja, man sieht teilweise, ja, dann immer ähnliche Features, natürlich, bei den Redereien, bei den unterschiedlichen, weil man natürlich auch untereinander abkupfert, völlig klar, ne, wobei, will man da jetzt auf der Liege liegen, wenn da so um einen herum, die dann da alle stehen, würde, kommt man sich da nicht auch ein bisschen komisch vor? Hm, weiß ich nicht, muss man sehen, ne, so, ja, guck mal, zehn Tage hier vor, vor offiziellen Start der Reisen, wo die ganzen Leute da alle herkommen, vielleicht ist es die ganze Belegschaft oder so, ja, und wir sehen, das Ganze ist also unter dem, den Rutschen, ach, guck mal, siehst du, und da kann man dann so ein bisschen reingucken, in den Infinity Pool, ja, das mögen auch manche nicht, aber gut, alles kann man nicht, so, da geht es runter, da ist jetzt, äh, kein Aquathieter, wie wir das kennen von der Oasis-Klasse, weil das ist ja, wie gesagt, oben und, und, und ganz weit am Bug, ähm, ja, also, deswegen wird der Platz da anders genutzt, wie der genutzt wird, schauen wir uns auch noch an, ja, also diese, diese Bäume, da ist auf jeden Fall mal was anderes, ne, oder sollen das angedeutete Palmen wahrscheinlich sogar sein, ja, ähm, gut, so, das ist nochmal hier der, der Pool dann da zu einer anderen Zeit, ja, boah, also, das sieht jetzt erstmal entspannt aus, aber wie gesagt, wenn 7000 Gäste an Bord sind, dann gibt's da Fleischbrühe, könnte man bösartigerweise sagen, aber, keine Ahnung, wahrscheinlich, äh, irgendwann wird, wird der Pool dicht gemacht, wenn da irgendwie 100 Leute rein wollen, das ist natürlich immer so ein bisschen so eine Sache, bei diesen riesigen Schiffen, mhm, dann sagen manche so, oh, es gibt nur so kleine Pools oder so, ja, das ist halt anders schlecht möglich, ja, also, du kannst die Pools dann gar nicht so groß machen, wie man sie eigentlich machen müsste, ne, so, ist da einfach eine Flasche Jägermeister, das ist immer das, wenn ich mal erkläre, wo ich gebürtig herkomme, aus der Stadt, wo der Jägermeister herkommt, hab ich aber nicht gesehen, aber, so ist dann doch immer ein bisschen so, meine Heimatstadt Wolfenbüttel, dann doch immer, äh, überall bekannt, zumindest durch den Jägermeister, so, jetzt haben wir ja gesagt, ja, das, äh, das Aquatheater befindet sich dort, im unteren Bereich auf der Oasis Class, und hier ist dieser Bereich Surfside, das, äh, finde ich tatsächlich auch spannend, auf eine gewisse Art und Weise, mhm, weil es mir so aussieht, als ob es hier ja ein bisschen trubeliger durchaus ist, und da muss man dann natürlich gucken, denn man hat hier halt auch wieder die Kabinen mit Blick auf, auf diesen Surfside-Bereich, ja, also man hatte den Boardwalk auf der Oasis Klasse, das war mit so einem Kinderkarussell und so, also das war eigentlich alles ganz charmant, ja, und hier, ähm, ist es was, was man nun komplett neu gestaltet hat, ja, zum Beispiel hier mit Rutschen, wobei, kommt also eine Art Karussell, scheint er auch zu sein hier, doch, aber es ist eben nicht mehr, es ist eben nicht mehr so ein historisches Karussell, sondern es ist so ein bisschen, ein bisschen was mit moderner Anmutung, ja, ja, so, ich meine gut, das ist dann, wenn man dann die schreienden Kinder hat, das muss man sich wirklich sehr, sehr, sehr gut überlegen, ob man da jetzt eine Kabine haben möchte, auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein super Verkaufsargument, für einen Tarif, wo ich mir die Kabine aussuchen muss, ja, weil das ist natürlich immer so ein bisschen so die Sache, wenn ich so einen Glückstarif habe, wo mir eine Kabine zugelost wird, ja, dann könnte ich natürlich das Pech haben, dass ich dann in so eine Kabine komme, wo ich dann hier einen Blick habe auf den Surfside-Bereich, wollte man nur sagen Boardwalk, aber, ja, so, zu grell, ja, also, da bin ich, glaube ich, eher so jemand, der es einen kleinen Tick gemäßig da mag, so, hier haben wir nochmal das Karussell, ach, und da waren dann gerade eben, auch noch zu sehen, so Wasserspiele tatsächlich, ja, also, das scheint wirklich was zu sein, wo man die Kinder haben will, so, Eis gibt es da auch, zu kaufen, den amerikanischen Schiffen ist es ja in der Regel so, dass ich Soft-Eis im Reisepreis enthalten habe, und dass ich Kugel-Eis häufig bezahlen muss, meistens auch relativ, teuer, also da sind wir so ein bisschen verwöhnt, ja, von Deutschland, wo, wo ja Eis vergleichsweise günstig ist, so, ach so, und das scheint dann hier nochmal, genau, in diesem Surfside-Bereich dann direkt am Heck zu sein, und, ja, da dann nochmal ein Pool, aber das zählt jetzt nicht als Infinity Pool, ja, guck mal, auf dem kleinen Bereich da zwei, zwei Lifeguards tatsächlich, Wahnsinn, ja, aber, wie tief auch immer das ist, aber, ja, ich sage mal so, besser Vorsicht als Nachsicht, ja, also, das ist ja natürlich total richtig und wichtig, dass sich da gekümmert wird, ja, denn es ist ja so, dass man manchmal eben Eltern hat, die eben nicht immer dabei sind, und so kann man die Kinder halt auch mal alleine laufen lassen, das ist ja auch ein Teil der Erholung im Urlaub, wenn man nicht immer hinterher sein muss, weil man eben weiß, okay, es kann eigentlich nichts passieren, weil eben jemand da ist, der darauf aufpasst, ja, so, guck mal, da oben der Eimer, gibt er gleich noch um, oder was, ja, also, so, wie gesagt, Wasserspiele, also, wir hören ja jetzt den Ton hier nicht unbedingt, aber, da kann ich mir schon vorstellen, dass das insgesamt dann ein bisschen geräuschvoller ist, aber, wenn wir uns mal vorstellen, das Ganze ist ja jetzt nochmal hier zusätzlich zu dem Bereich, den wir da vorhin gesehen haben, mit den Rutschen, also, das ist schon total irre, also, mit den Riesenrutschen, aber, ich meine, gut, hier würde man sagen, okay, Zielgruppe, ja, ist dann eher so, ein noch jüngeres Klientel, also, die ganz kleinen Kinder, so, und, die anderen Rutschen, die sind eben auch für Leute da, ja, sogar für Erwachsene oder so, weil ich meine, dass hier jetzt Erwachsene mitspielen, kann ich mir das nicht vorstellen, was ist das denn da, die Lemon Post, Lemon Post, 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 Lemon Post, also, entweder habe ich es falsch gelesen gerade, aber, was es auch immer das heißen soll, kann ich mir nicht so richtig erklären, Lemon ist klar, aber, ja, gut, Surfside Eatery, ja, Essen gibt es ohne Ende, auch wenn wir jetzt gar nicht alle Restaurants sehen, aber, hier habe ich natürlich auch die Möglichkeit, ist vielleicht so ein bisschen wie das Fuego, auf den neueren AIDA-Schiffen, ja, so ein bisschen Familienrestaurant, ach, guck mal, links, da ist so ein Cola-Automat, wo ich dann, gegen Aufpreis oder gegen Getränkepaket, dann so Cola in wahnsinnig vielen Geschmacksrichtungen bekomme, das ist wirklich krass, ich glaube, dieser Automat kann irgendwie hundert viele, hundert verschiedene Sorten oder was da rausgeben, oder, oder noch sogar, in Kombination noch viel mehr, ja, gut, ja, aber ist doch hier, sehr schön, könnte der Kids Club dann mal zum Essen hinkommen, war das gerade ein Kinderstuhl da, das ging zu schnell vorbei, gerade konnte ich nicht sehen, ja, aber, wie gesagt, es geht darum, neue Zielgruppen zu erschließen, und dazu gehören immer auch Familien. So, Arcade, und, da geht es schon fast langsam dem Ende entgegen, wo ist hier mein Münzschieber, der Greifer ist da, ist da ein Münzschieber? Ne, kann ich nicht richtig sehen, ich suche ja immer die Münzschieber, aber, nachdem ich ja irgendwann mal ein Experiment gemacht habe, vor Jahren mit so einem Münzschieber, ich glaube, 50% des Einsatzes ist am Ende wieder rausgekommen, immerhin, ja, ich glaube, das gelingt einem bei diesen Greifarmen nicht, also diese Greifarme, also, da ist bei einem von 100 Versuchen, zieht man da mal was raus wahrscheinlich, ne, ach so, hatte ich gesagt, genau, das Ganze logischerweise auch alle Spiele hier gegen Aufpreis, ja, ja, das sieht ja immer meistens so ein bisschen bunt und grell aus, aber ich meine, so habe ich es in Urlaubsorten natürlich auch, ne, also insofern, hat das auch auf so einem Kreuzfahrtschiff seine Daseinsberechtigung, da fällt mir ein, hier Bilder vom Casino haben wir auch noch nicht, ne, vielleicht mache ich irgendwann nochmal einen zweiten Teil, wer weiß, wenn es noch weiteres Material gibt, ich meine, immerhin das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, so, die Royal Promenade, jetzt bin ich nicht der allergrößte Royal Caribbean Experte, aber ich meine, die war bisher nicht über zwei Ebenen, das ist jetzt so, dass man hier erstmals zwei Ebenen hat, wenn ich da den Matt vom Royal Caribbean Blog richtig zitiere, und da gehen wir schon mal vorbei an The Pearl, gucken wir uns gleich nochmal näher an, ja, aber das ist hier halt die klassische Einkaufspassage, oder, oder, oder Gastro Shopping, Gastro Shopping, Bars, ja, also mit, mit allen möglichen Funktionen, und eben da diese Pearl, die wir gerade schon gesehen haben, hier ist ein neues Konzept bei Royal Caribbean Dwelling Pianos, ja, das ist dann eben so eine Location mit Live-Musik, wo dann so zwei Klavierspieler miteinander, gegeneinander, zusammen, spielen, ja, das habe ich auch schon mal auf Schiffen gesehen, also eigentlich ganz spaßig, Sorrentos, da gibt es die Pizza, die im Reisepreis enthalten ist, und, ich weiß nicht, ob das mittlerweile 24 Stunden am Tag ist, dass es da diese Pizza gibt, aber, ja, wenn man immer möchte, gibt es Pizza, so, Boleros, auch nochmal, ja, hier eine Bar, die hier ist, und, ja, am Ende gucken wir uns gleich nochmal die Pearl an, und, ja, das war auch schon fast das Video, also schreibt gerne mal in die Kommentare, wie findet ihr dieses Schiff, hat euch das Ganze gefallen, oder sagt ihr so, nee, das Ganze ist doch völlig verrückt, also, das würde mich gleich mal interessieren, und, ja, hier haben wir eben noch die Perle, The Pearl, das soll also so ein Wow-Moment sein, das ist tatsächlich ein Kunstwerk, früher hat man gedacht, vorher hat man gedacht, als man wusste, es kommt so eine riesige Kugel, vielleicht wird es ein Planetarium oder was, nee, es ist tatsächlich was, was nur schön aussieht, so, ja, ja, das ist es gewesen hier, mein Video über die Icon of the Seas, ja, ein bisschen die unkomplizierte Variante, also, ich hoffe, das war spannend für euch, und, ja, wie gesagt, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, Tschüss!